Ich glaube, dass die Leistung okay war, denn wir hatten selber viele Möglichkeiten uns rausgespielt, was halt so nicht passieren darf in der vierten Minute in der Standardsituation, wo es eine klare Einteilung gibt, dass du da einen Gegentreffer kassierst. Aber ansonsten, wie gesagt, waren wir eigentlich spielbestimmt, haben die besseren Möglichkeiten gehabt, haben eigentlich nur durch eigene Fehler irgendwo in Norderstedt noch mal eine Möglichkeit gegeben, aber leider hat uns das Tor gefehlt. Wir sind eigentlich immer von Anfang an, nehmen wir uns vor, dass wir Vollgas geben, vorne aufgehen. Ja, ein frühes Tor ist natürlich immer gut, in dem Fall ja noch mehr, weil Meppen jetzt keine Mannschaft ist, die man mal so aus dem Stadion schießt, hat uns gleich in die Karten gespielt, dass wir da noch ein paar mehr Räume bekommen haben. Ja, natürlich froh gewesen, dass wir das 1-0 gemacht haben. Das können Sie sehen, wie Sie wollen, entweder der Torwart gut gehalten oder der Abschluss von unserer schlechten. Das können Sie sehen, wie Sie wollen.